Hallo! Hallo! Ja, das ist nicht. Das ist nicht. Ich frage die Lügenpresse. Ähm, soll ich jetzt sagen? Ah ja, ähm, dass ich in letzter Zeit mache, kann ich nur bei anderen Leuten aufnehmen und nicht bei mir selber. Das ist lustig. Ja. Ja, aber zu sagen, macht sowieso mehr Spaß. Ja, das stimmt schon, aber halt das... Hey! Fuck! Ne, ich bin Schatz, ich wurde getroffen! Böse! Oh Gott! Meine Hext hab ich heute nicht an. Ah, was? Meine Hext hab ich heute nicht an. Schön. Schön, Schatzi. Hör auf. Und bitte schlag die nicht die Wii-Frami gegen dein süßes Köpfchen, den brauchen wir. Okay. Wir spielen global. Ähm, ich hab halt auch ewig nicht mehr mit der... Aber ich... Ich... Ich lenke... Ich lenke ja immer mit dem Gamepad und Bewegungssteuerung und ähm... Funktioniert einigermaßen gut. Ich brauche weg. Ganz okay. Oh Gott! 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 Ich bin 8, aber 8 ist gar nicht schlecht! Du bist zu meinem vornehm. Du! Nein! Ich wollte die 1, Mann! Was tust du da? Ich wollte diese Abkürzung da nehmen! Ja, aber ich hab das nicht für die 3... Das weiß ich nicht. Jetzt krieg ich wieder Pilze. Oh, ich krieg mir Kohle jetzt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hier, fick dich Mario! Oder Bewohnerin. Ist fast der gleiche Charakter, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich seh nix. Ich brauche einen Stern... Oh Gott! Ihhh! Der Stern hat mich getötet! Ich freu mich, fick wieder 3 PC. Ich freu mich! Fick dich Mario! Alter! Der ist grad von 3 Sachen auf einmal getroffen! Das hat fast nicht gereicht! Ich muss den Timer eben hochstellen! Wir nehmen ein bisschen länger auf! So! Ähm! Abbrechen! Jetzt noch 2 und 2! Mach mal 1 und 2! Geh für die Deutsche! Sieg Heil! Was? Äh! Nix! Hi! Abonniert mich! Meine Eltern sind auch wieder zuhause! Die waren bei Verwandten umziehen! Ich hab grad zufällig, ganz zufällig eine Whatsapp gelesen, dass sie wieder zuhause sind! Wie man halt so zufällig Whatsapps liest! Arrrr! Ja! Wolltest du das halt zufällig! Ich wollte noch... Ich möchte noch nebenbei Audacity öffnen, aber dein PC möchte das nicht! Ich hoffe die Aufnahme ist da doch nicht irgendwie kaputt! Hilfe! Da war bloß grad ein riesiger 1 auf dem Bildschuh! Die 1 des Todes! Was guckst du? Jetzt! Okay! Ich hoffe auch ihr hört uns einigermaßen gut! Wir haben nur ein Mikro, das ist nicht so gut! Ah! Die sind eh Schrott! Ich merk schon! Ich hab grad seine Kopfhörer auf den Boden geworfen! Yay! Okay! Jetzt wirst du... ...gefickt! Geil! Ja! Ja! Ähm... Es geht sicher weiter weg vom Mikro, aber ich glaub das ist sogar gar nicht mal so schlimm! Okay! Wir konzentrieren uns jetzt! Ich hab keine Atem mehr kommen! Ich hab eine 1 Banane! 1 nice Banane! Von Niceigkeit! Und! Ah! Ja! Hältst du eigentlich mit Absicht überall da runter, wo man runterfallen kann? Hast du ne... Du versuchst gerade den Weltrekord für das meiste runterfallen in eine Marcon 8 YouTube Aufnahme aufzustellen! Stimmt? Ähm... Ah! Ähm... Ups! Ich bin von einem roten Getra... Ähm... Rotten Typ! Finde! Okay! Gott weiß! Ah! Ich bin so... Es ist halt voll komisch! Ich hab jetzt halt wirklich seit... Keine Ahnung... Seit April, seit Mario Kart 8, wo die Switch raus ist, hab ich nur mal gedacht für die Switch gespielt! Und jetzt wieder für die Wii U! Jetzt ist es nicht so ne mega Umgewinnung! Aber wenn du halt keine 2 Attems mehr hast oder auch kein... Ähm... Megaboost oder wie das heißt? Der Pinkeboost weiß glaube ich nicht wie das heißt! Ich hab eh keine Ahnung von dem Game! Ähm... Das halt... Ein bisschen Umgewinnung ist es aber nicht ganz so schlimm! Ich komm damit klar! Du bist ja schon mal besser als ich! Ähm... Ich hab ein Goldpilz! Waaah! Ich bin der! Goldpilz! Yoshi! Mensch was! Schatz! Hilf! Abonniert mich! Nein! Äh... Schatzi! Du musst aufhören in den Tod zu springen! Ich brauch dich mehr! Äh... Aber... Boah! Scheiß! Mario! Fick dich du! Ach! Schatz! Nein! Okay! Für dich! Genau! Ähm... Nehmen wir eigentlich mit dem richtigen Mikro! Spiel du ruhig weiter! Ignoriere was ich für Dinge tue! Okay! Passt alles! Ich hab null Punkte gewonnen und null Punkte verlieren! Das ist... Das ist doch... Ähm... Deutsch! Das ist Deutsch genau! Was ich auch so... Nein! Ich wollte eigentlich... Die Disco! Kann ich das... Okay nein... Das kommt jetzt... Bitte Disco! Ne... Und die anderen sind unentschlossen und wissen einfach nicht was sie werden sollen! Leute wählt einfach Disco drum Danke! Die haben's gar nicht gemacht! Die haben's gar nicht gemacht! Ihr seid gute Menschen! Hätten wir... Nicht hauen! Hätten wir... Oder hätte... Wäre ich nicht zu inkompetent gewesen um Disco drum auszuwählen... Hätten wir Disco drum gespielt gehabt! Aber gut! Oh! Gut! Ja... Schön! So! Und so nehme übrigens ich immer auf! Ich hab einmal... Also jetzt theoretisch... Wir haben hier theoretisch nur einen Bildschirm... Aber wir spielen auf dem... Das ist irgendwie ganz komisch! Und ich hab auf einem Bildschirm immer Outer City und meinen Ausgabeordner und OBS offen... Und das hab ich jetzt so ähnlich bei Dustin gerade auch nebenbei gemacht! Dass ich mich ein bisschen... Fühle wie Viniciusius... Aber hier ist es für schön! Ohhhh! Okay! Und wieder 20 Abonnenten verloren! Ach hier! Oh Gott! Glocke! Oder Bupe! Wie Viniciusius aktiviert! Nein! Nicht triff! Ah! Alles gut! Du hast mir den Bus gegeben! Das hast du gut, Schatzi! Weil ich noch nen Panzer hinten dran hatte! Ich dachte ich treff dich und das wollte ich nicht! Und A! B! C! D! D! B! F! D! Ich hab keine Lust mehr! Ok! Z! Wir haben das... Das war das ganze Alphabet! Mehr oder weniger? Ah! Ansichtssache würde ich jetzt behaupten... Ich glaube ich habe die falschen Reifen ausgedreht oder so! Ich glaube ich habe die falschen Reifen ausgedreht oder so! Ich glaube ich habe die falschen Reifen oder so! Was? Yoshi ist ein Reifen Mensch! Please! Oh du hast hier was getragen! Hallo! Hallo! Tschüss! Ja, Rivalität unter uns zwei ist gleich nicht geben. Falls ihr das in diesem Video erwartet habt, tut mir leid. Ein blauer Panzer. Aber ich habe mich nie getroffen. Zum Glück. Er kann es halt sehen. Ah, ich bin gerade in das Mikro gekommen. Hilfe, Hilfe. Vorne ist ein Kanadier. Nein, was? Du bist gerade runtergefahren. Falls du dich gewundert hast, was geschehen ist. Ich wollte es dir nochmal aufzeigen. Dankeschön, jetzt weiß ich ganz genau Bescheid. Achtung, Uli. Oh Gott, nein, nein, nein. Du kannst ihn nicht. Nein. Mir fällt aber so. Ich wollte eigentlich die Map aktivieren. Das war glaube ich Minus oder so. Ich habe Minus gedrückt. Ich habe Plus gedrückt. Okay. Ähm, ich war gerade überfordert, wie gibt man Gas? Eine minimal wichtige Funktion in diesem Spiel. Ja, Bullet Bill! Mach mich noch auf den vierten. Ich will diese Kämmer ab. Okay, dann los. Ey, mal nicht letzter. Wuhu, Hype! Du warst doch vorher auch nicht... Ah doch. Wieso kriege ich Pluspunkte und du Minuspunkte? Weil... Baum. Okay. Okay. Kannst du wissen? Ich tue mal eben mein Handy hinlegen, dass wir sehen, wenn der Akku abläuft. Akku, äh, Timer. Oh, ich kann nicht mehr reden. Äh. Hmhm. Jetzt werden die anderen. Warte mal. Hallo. 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 Ich habe keine Freunde. Hallo. Hallo. Hallo, 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 ja, sieht man mal, ich bin sehr beliebt in Miiverse, das gibt's jetzt ja nicht mehr, die Miiverse ist ja abgeschaltet worden, echt, ja, das hat eh keiner benutzt, und wenn, dann nur um Schwanzbilder zu, was, aha, dann halt nicht, dann streichle ich dich halt nachher, wenn du weg gehst, sorry, du musst ja auch eine gute Leistung abliefern, aber immer noch, nein, musst du nicht, du darfst auch gerne besser sein, Schatz, das heißt ja, Mario Kart zerstört Freundschaften, bei uns ist das einfach nicht so, das geht bei uns auch gar nicht, du bist einfach zu nett dafür, wow, die Sache ist, du würdest mich nie abschießen, und wenn ich dich abschieße, bist du nicht böse, das ist voll die gute Kombi, ich brauche einen roten Wahnsinn, Aua, ich glaube, die kann ein bisschen böse sein, stirb, Schatz, als ob du es in den roten Paar, sorry, okay, Konzentration, Konzentration, das Alter, ich bin auch nicht, vorletzte, vorne ist ein schwarzer, wir müssen immer hängen, Ich hab das mal nicht gehört, was hast du überhaupt gesagt? Abonniert nicht. Ah, das hast du gesagt. Okay, warum konnte ich das sagen? Oh, ich dachte es sind wieder zurück. Ich war gerade voll des Killer. Möge ich mal anmerken, ich habe gerade hart gefickt. Und du fährst mit dem Stern in den Tod. Ja, Schatzi, gut gemacht. Warum bin ich eigentlich der Letzte? Ich fahr doch gar nicht schnell. Loll! Realistisch. Werde ich noch sechsten? Nein. Aber... Aber... Baum. Aber Baum? Achso. Baum, 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 Baum. Der Yoshi. Der Yoshi. Ich hatte auch mal einen Yoshi-Amiibo. Der hat seinen Kopf verloren. Das war nicht ich. Der war scheiße verarbeitet und der Kopf ist irgendwann nur noch an dem Faden gehangen. Warum auch immer. Und dann hat ihn mein Kumpel runtergeworfen und jetzt hat er seinen Kopf verloren. Und ich glaube meine Mutter hat ihn jetzt rausgeworfen, weil ich finde ihn nicht mehr, weil er keinen Kopf mehr hat. What the fuck? What the fuck? Yoshi ist tot! Tschüss. Ach, bei dir... Ach, bei dir zeigt es die Übersteuerung gar nicht an. Das bin ich gewohnt, dass es mir die Übersteuerung ernst zeigt. Oh, da ist ein süßes Schatzi. Haben wir eigentlich gesagt, weil irgend so ein Recht ist, ich bin der Yoshi-Amiibo. Und gleich... Voll die Güte ist einfach nach 10 Minuten Aufnahme zu sagen, übrigens ich bin der Linke. Ja, aber ich glaube, das haben sie schon gewusst irgendwo. Weil du fährst immer Yoshi mit dem... Go-Kart? Ja. Ja. Und ich fahr halt immer irgendwie raus. Also damals meine Let's Plays. Ah! Oh! Ich hab mein Schatzi abgeschossen. Einst totes Schatzi. Oh mein Gott. Äh, deshalb hast du mich auch grad gerammt, weil du so tot bist, ne? Ja. Tut mir leid. Oh mein Gott, ich habe, ich habe. Was toll ist, dass das Spiel spielt einfach kein Mensch mehr. Ich meine, wir sind so siebt in der Lobby an einem Freitagabend. Why not? Ja, wer spielt auch noch die Wii U-Fationäre an das Wii? Oh Gott, passt jeder. Müsst ja auch nicht jeder eine Switch haben. Das ist wahr. Da kann es auch gut sein. Ich meine, ich habe meine Switch dabei. Hätte ich Mario Kart 8 mitgenommen? Ich habe leider nur Odyssey und Revan Legends mitgenommen. Vielleicht nehmen wir das noch auf. Ähm. Und ich dachte mir eigentlich so, als ich hier dann ankam, hm. Ich hätte Mario Kart 8 mitnehmen können. Ich dachte mir so, 6 Stunden nach Hause fahre ich dafür jetzt mal nicht. Habe ich es halt nicht, aber... Fast schon. Nee. Warum bin ich eigentlich mit einem Stern langsamer als jeder vor mir? Das ist so unlogisch. Äh, sehr unlogisch. Nein, nein. Ich kann es nicht runterfliegen. Das wäre sehr praktisch, ne? Oh, mein Vater. Ich habe gehört, runterfliegen ist in diesem Spiel keine gute Idee. Neeeeee. Tatsächlich nicht. Ich habe nochmal kurz zu. Könntest du mit deinen scheiß roten Panzern aufhören, Drecks-Rosalina-Zweiß? Ich bin... Ich bin noch 50 vor dir! Oh! 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 Meinst du das irgendwie bequem? Tut mir leid! Nichts gut, ich mein, macht nichts! Alles gut! Ähm... Ah ja! Jetzt sind wir noch zu fünft! Ähm... In Anno-Lobby Ist das bei Anno nicht? Da! Ah! Jetzt werden die Übersteuerungen angezeigt! Ziemlich deutlich! Dann kannst du sehen, ob das Mikro vielleicht hin und wieder leiser gestellt werden muss! Ok... Ok... Es sind aber nur noch 5 Leute! Weil dieses Spiel einfach niemand mehr spielt! Niemand! Nicht mal deine Oma! Wir könnten morgen mit deiner Oma aufmachen! Das wäre bestimmt lustig! Ja hier, wie heißt er? Ähm... Jamel Let's Play hat ja ab und an mal Happy Wheels mit seiner Mutter aufgenommen! Das war auch lustig! Ja das hab ich sogar... Äh... Gesehen... Äh... Wohnt der eigentlich noch zuhause? Oder wisst ihr schon aus? Ich verfolge den seit 2-3 Jahren! Ich weiß nicht, aber ich kann, ob es bei der... Bei dem Map geht! Ich hab keine Ahnung! Ich bin bei ihm meinen keine Nutzpläse wirklich! Na... Außer von dir! Na... Also wenn... Also wenn ihr es wisst... Schratzt! In die Kommentare! Oh! Und dann abonniert! Ihr wohnt's! Nein! Ich bin so verrückt! Bumbi! Oh Schatzi! Vorsicht! Ich hab eine 8 und der hat getroffen! Ja, das ist schön! Ja, das ist natürlich... Oh Gott! Ich bin schwarz! Hilfe! Das will ich nicht sagen! Oh Mann! Dieses... Dieser Rassismus ist übrigens... Nein! Äh... Oh Mann! Oh Gott! Oh Gott! Ich war im Graf! Ey! Was ist das für eine Scheiß-Folge? Wir sind voll schlecht! Und keines da! Und... Ihhh... Wir haben's echt nicht wollen! Ich fahr jetzt heim und hol meine Switch-Version! Schatzi! Bis in 12 Stunden! Nein! Nein! Oh 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 nein! 3 Minuten, das sollte noch für 1 Strecke reichen. Für 1 nice Strecke. Oh mein Gott, das sind wieder mehr. Alter, wird ja voll voll hier. Hallo. Wenn jemand antwortet, das ist traurig. Ja, die Japanerin, konnichiwa minasama sukoi. Gute Japanerin. Gute Japanerin. Gute Japanerin aus Japan. Wir wissen eigentlich nicht, ob sie aus Japan ist, aber... Ja, es ist wahr, weil man ja auch sich einfach eine importieren lassen kann. Man kann sich auch einfach einen japanischen Namen machen. Das wäre ein wenig leichter, als die Milos Japan zu importieren. Einfach die Tastatur umschalten. Ich denke zu kompliziert. Das macht nichts. Wir spielen gegen Jesus. Oh mein Gott. Der ist einfach aus Niedersachsen. Die sind einfach beide aus Niedersachsen und wir sind aus Sachsen. GG, Alter. GG. Ich dachte schon. Kennst du die zufällig? Das hast du sehr gut gemacht, Schatzi. Den kenn ich. Die aus Niedersachsen. Nein. Zufällig. Nein, leider nicht. Sind ja quasi Nachbarn. Kenn ich tatsächlich nicht. Nee. Aber Alter, beim herfahren, ohne Witz, ich hab einfach Gefühl... Äh... Es hat sich einfach so angefühlt, als wäre Bayern einfach die Welt. Weil Bayern war einfach so viel und es ist so ein großes Bundesland. Ich bin ja... Ich muss einfach mal gucken, wie genau ich gefahren bin. Aber ich bin durch so viel Bayern gefahren. Ich bin doch so viel Bayern gefahren. Ich war immer so groß. So stöhnt. Nein! Bämme! Jesus ist vor mir. Er zeigt's mir. Kreuzige ihn. Jesus zeigt's mir, ey. Ich kann nicht wehen, Mann. Mann! Ich bin nicht weh, Mann! amazing. Ich bin nicht wehen. Bleib. Ich habe einen schönen Stern, oh yeah, all right.... Jesus Ear... Nein, 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 nein. Ich habe jetzt drei Pilze. Die bringen nichts, aber hey. Du bist der auf die handles zu tutschasse. Vis oh nein, nee, 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 nee. Echt, WIN súper Jesús, Sänger bis zu danken? Gern. Ja, so schnell. Nicht so langsam. Ich bin setz. Tja. Und ich kann mich mal anziehen. Ja, aber es war dennoch eine erfolgreiche Folge. Also ich muss sagen, das war ja, du hattest vorher 8.000 Punkte, jetzt hast du 7.996. Gern geschehen. Ich spiel das ja eh nicht mehr. Ja, okay. Dann darfst du die Absage machen. Das war's für dieses Paar. Ich kann gar nicht mehr reden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss, jetzt geht es heimlos. Das ist perfekt.